Was ist der 20. November als Datum? Gibt leider Gottes für den 20. November nicht viel her und es besteht kein denkwürdiges Datum, keine große Tat in der Politik, der Wirtschaft, kein Jahres-, kein Jubiläumstag, mit dem ich meine Rede beginnen könnte. Doch meine Damen und Herren, wenn schon die berühmten Ghostwriter und Plagiatsjäger oder auch die NSA und glauben Sie mir, ich habe Sie wirklich gefragt und habe Sie alle bemüht, nichts Besonderes für diesen Tag finden, dann frage ich mich doch, wo fange ich eigentlich heute mit Ihnen an? Dann gibt das doch uns hier Versammelte eine einmalige Chance, lassen Sie uns doch den 20. November von uns aus gemeinsam zu einem speziellen Tag machen. Und der heilige St. Martin, Patron und Namensgeber, dieser doch für uns Baumenschen hier in Nordrhein-Westfalen so wichtigen Bautreffens, den könnten wir da eigentlich verwenden. Ja, verwenden. Wer war das eigentlich? Was hat er getan und was gibt er uns Bauleuten heute noch? Wir wissen doch von ihm, das war ein Mann der Askese und Bescheidenheit. Und er hat geteilt. Das wissen wir auch. Und ich frage mich mal ganz offen, passt das in unsere heutige Bauwelt? Eine Bauwelt, die sich heute in weiten Teilen der Bevölkerung nur noch über das Wort Kostensteigerung definiert. Doch wohl weniger. Mir ist persönlich bei der Vorbereitung einer privaten Martinsgansfeier zu Hause als Hausherr bei Begrüßungsworten das bekannte Martinslied in die Hände gefallen. Und jetzt muss ich mal in Ihre Runde schauen. Wer von Ihnen ist textsicher? Wer von Ihnen weiß denn überhaupt, wie viele Strophen dieses Lied hat? Und ich merke schon, jetzt grübelt es bei Ihnen, der Ritt durch Schnee und Wind, im Schnee da saß ein armer Mann und dann hört es bei den meisten letztendlich von Ihnen auf. Bei mir im Übrigen dann auch. Ich kann das auch deshalb sagen, weil ich als ehemaliger Bläser in einem Posaunenchor viele Martinsumzüge mit Kindern und Eltern musikalisch begleiten durfte. Auf meinem Notenblatt standen als Untertitel meistens dann immer nur die ersten Strophen. Und nach drei bis vier Strophen war dann Schluss, wie auch heute bei diesen Kindern hier im Saal. Das Lied jedoch erzählt genial und ich kann Ihnen das nur empfehlen, sich doch mal wirklich alle acht Strophen der Geschichte dieses Mannes, dieses heiligen Martins, dann auch mal durchzulesen. Jetzt fragen Sie sich, was hat das mit dem heutigen Tag zu tun? Wie wollen wir hieraus einen speziellen Tag machen? Gut, dann lassen Sie mich mal die letzte und achte Strophe des Martinsliedes zitieren. Sankt Martin, oh du Gottesmann, nun höre unser Flehen an. Oh, bitte für uns in diese Zeit und führe uns zur Seligkeit. Lassen Sie es mich etwas moderner formulieren, meine Damen und Herren. Aus dem Flehen mache ich ein Anliegen und aus der Seligkeit eine Freude. Mir ist es ein Anliegen und es wäre mir eine Freude, einen Aufbruch hin zu gemeinsamer Wertschöpfung und Wertschätzung am Bau zu finden. Und ich finde, das wäre doch eine gute, gelungene Botschaft für diesen heutigen Tag. Zwei Themen haben die Bauindustrie in Nordrhein-Westfalen 2013 federführend bestimmt. Zum einen die Verkehrsinfrastruktur und zum anderen die Energiewende. Und, das sage ich ganz offen, gerade mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur schaut die Bauindustrie mit einer gewissen Genugtuung auf das Jahr 2013. Und, das sage ich auch, mit begründeter Hoffnung auf 2014 und die nächsten Jahre. Endlich, meine Damen und Herren, endlich ist in Politik, Medien und Bevölkerung die Bedeutung und Notwendigkeit einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur nachhaltig ins Bewusstsein gerückt. Jahrelang ging die Investitionen in Straßen und Brücken, in Schienen und Verkehrswegen zurück. Die Bauausgaben waren stets die ersten, die im Zuge von Sparmaßnahmen, insbesondere bei der Instandhaltung, gekürzt wurden. Investitionen in Köpfe statt in Beton waren en vogue, waren erklärte Ziele. 2013 sind nun bereits erste Anfänge für eine stärkere Gewichtung der Verkehrsinfrastruktur. gemacht worden, zum Teil durch dramatische Auslöser, wie natürlich auch eine sehr medial ausgeschlachtete Brückensperrung der A1 bei Leverkusen. Im Sinne, im Bereich Schiene wurde mit dem Rhein-Ruhr-Express und der Petur-Line zwei wichtige Projekte für Personen- und Güterverkehr nach jahrzehntelanger Verzögerung angeschoben. Herr Dr. Grube, auch Ihnen gebührt dafür ein großer Dank. Wir, meine Damen und Herren, wir, die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, haben schon immer gesagt, nur Investitionen in Köpfe und in Beton bringen Deutschland voran. Denn die klügsten Ingenieurleistungen helfen Deutschland nur weiter, wenn die Wertschöpfung nicht nur in Asien, sondern an heimischen Standorten stattfindet und wenn der Industriestandort Nordrhein-Westfalen seine Attraktivität sichert. In dem der Transport von Gütern zuverlässig über Autobahnen, Schienen, Wasserstraßen und Flughäfen abgewickelt werden kann. Doch unsere Straßen und insbesondere hier der Zustand unserer Brücken macht mir, meine Damen und Herren, natürlich gewaltige Sorgen. Nordrhein-Westfalen liegt als Region im Herzen Europas und ist zugleich einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Ein immenser Anteil aller Güter des Exportweltmeisters Deutschland laufen über Nordrhein-Westfalen zu den Überseehäfen in Deutschland, in den Niederlanden und in Belgien. Zwei von der deutschen Bauindustrie mitgetragenen Gutachten zum Zustand der Brücken auf Autobahnen und Kommunalstraßen besagen, allein die Brückenbauwerke in Nordrhein-Westfalen benötigen in den nächsten Jahren ein Investitionsvolumen von 7 Milliarden Euro. Und das nicht nur für die Instandhaltung und Sanierung, sondern auch für den Ersatzneubau. Manche Autobahnen, wie unsere bekannte Sauerlandlinie A45, müssen im Brückenbereich gar vollständig ersetzt und neu errichtet werden. Nun, was ist uns als Bauindustrie Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich bereits gelungen? Wir haben 2013 ein Positionspapier Infrastruktur und Standortqualität erstmalig mit 13 anderen Verbänden der Baubranche, den Kammern und der Logistik- und Verkehrswirtschaft gemeinsam als Wirtschaft Nordrhein-Westfalen unsere Interessen und Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur eines modernen Industriestandortes definiert. Und mit gewisser Genugtuung sage ich, dass dieses Papier mit unserer gemeinsamen Position so erfolgreich Eingang in die Politik auf Bundes- und Landesebene gefunden hat. Ausdrücklich unterstützen wir in diesem Zusammenhang die Initiative von Nordrhein-Westfalen mit ihrem Bauminister Michael Groschek an der Spitze. Wir reparieren Deutschland. Herr Staatssekretär Adler, wie auch in diesem Jahr bestellen Sie Herrn Groschek einen freundlichen Gruß von uns allen. Er kann sich unserer Unterstützung hier und insbesondere der Bauindustrie Nordrhein-Westfalens sicher sein. Gemeinsam als Wirtschaft Nordrhein-Westfalen müssen wir uns dafür einsetzen, dass der Verkehrsinfrastruktur auch in 2014 der Stellenwert beibemessen wird, den sie als Grundsatzvoraussetzung für Wachstum und Wohlstand verdient. Und ich sage Ihnen, und Herr Dr. Grube weiß das genauso gut, er ist mittlerweile ein globales Unternehmen. In einer globalisierten Welt ist die Verkehrsinfrastruktur ein wesentliches Kriterium für Investitionen eines Unternehmens in einem Standort. Der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen muss dabei wettbewerbsfähig bleiben. Gleiches, meine Damen und Herren, gilt für die Energiewende. Hier hat unser Symposium im Oktober gezeigt, dieses Jahrhundertprojekt, diesem Mehrgenerationenprojekt, wie es von vielen Seiten immer wieder bezeichnet wird, wird zunehmend der Stecker gezwungen. Und dies liegt nicht nur an den steigenden Kosten für Bevölkerung und Unternehmen durch die Förderung der erneuerbaren Energie. Nein, vor allen Dingen ist dies auf den stockenden Ausbau der Netzinfrastruktur zurückzuführen und zweitens auf eine mangelhafte Koordinierung und Planung zwischen Ländern und Bund. Hier gilt es, meine Damen und Herren, ohne die Baubranche keine Energiewende. Wir liefern die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung. Wir liefern die Infrastruktur. Sei es der viel zu langsam vorankommende Leitungsbau, der Übertragungs- und auch der Verteilnetze. Allein 4.000 Kilometer im Höchstspannungsnetz und nahezu 135.000 Kilometer im Verteilnetz werden bis 2030 als reiner Ausbaubedarf benötigt. Hinzu kommen noch einmal mehr als 2.000 Kilometer Leitungen für den Wind-Offshore-Bereich. Oder seien es die unter dem gegebenen Stromdesign nicht rentablen Pumpspeicherwerke, meine Damen und Herren. Die erneuerbaren Energien müssen Verantwortung für die zuverlässige Stromversorgung von Bevölkerung und Industrie übernehmen. Dies wird aufgrund der volatilen Einspeisung von Wind und Sonne jedoch nur durch Speicher gelingen. Nur, das frage ich mich dann sehr oft, meine Damen und Herren, wer soll diese unter den gegebenen Umständen bauen, betreiben und realisieren? Auf die finanziellen Schwierigkeiten selbst hochmoderner, flexibler und emissionsarmer konventioneller Kraftwerke möchte ich hier gar nicht erst zu sprechen kommen. Alle Akteure sind sich einig, dass es die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte nicht ohne Kohle und Gas gehen wird. Das Gesamtbild ist entscheidend. Ohne stärkere gemeinsame Anstrengung wird die Energiewende nicht gelingen. Die Planungs- und Investitionssicherheit für unsere Unternehmen leidet dramatisch darunter, meine Damen und Herren. Ein für mich nicht akzeptabler Zustand. Das Vorhalten von qualifizierten Personal, von Ressourcen und notwendiger Technik stellt die Unternehmen bei mangelnder Planungssicherheit für unverantwortlich in Herausforderung. Bevor ich deshalb zu unseren Forderungen an die Koalitionsverhandlungen komme, darf ich doch noch eben einen konkreten Blick oder Rückblick auf das Jahr 2013 werfen. Wir müssen nicht darum herumreden. Der lang anhaltende Winter hat die Branche bis weit ins Frühjahr 2013 geprägt und das Jahr bislang dominiert. Dennoch verzeichnen mehrere Sparten positive Ergebnisse. 20% Auftragszuwachs beim Straßenbau und 17% Zuwachs beim Wirtschaftsbau sind erfreuliche Anlässe. Man muss eben aber immer nur wissen, wo es herkommt. Gleiches gilt für 4% Zuwachs im Wohnungsbau im ersten Halbjahr 2013. Diese Zahlen sind sicherlich auf die allgemein guten konjunkturellen Entwicklungen zurückzuführen. Der Tiefbau hingegen hat mit einem deutlichen Auftragsrückgang zu kämpfen. Und unter diesem Tiefbau subsumieren wir alles, was sich auch mit dem Ingenieurbau beschäftigt. Minus 5% bei den privaten Auftraggebern und mehr als noch minus 3% im öffentlichen Bereich machen der Branche doch sehr zu schaffen. Umso erfreulicher sind die Beschäftigtenzahlen in Nordrhein-Westfalen, die immerhin mit 127.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe relativ konstant geblieben sind. Und dafür kann ich nur unseren Unternehmen ein deutliches Lob aussprechen. Allerdings möchte ich in diesem Rahmen auch einen Appell an unsere Unternehmen richten. 2013 haben in der Bauindustrie in Nordrhein-Westfalen 10% weniger junge Menschen eine gewerbliche Ausbildung begonnen als im Jahr davor. Meine Damen und Herren, angesichts des akuten Fachkräftemangels müssen wir diesen Trend stoppen und umkehren. Wir als Bauindustrie und auch, das weiß ich, die Kollegen vom Baugewerbe haben das unterstützt und wir unterstützen alle Firmen. Bei diesem Prozess bilden Sie aus. Für 2014 hoffen wir auf eine Verstetigung der positiven konjunkturellen Trends und auf eine Ausweitung aller Bausparten. In einem durch die europäische Wirtschafts- und Währungskrise in Europa schwierigen Umfeld steht Deutschland bisher lang als Fels in der konjunkturellen Brandung. Bund, Länder und Gemeinden steuern auf neue Rekordsteuereinnahmen zu. Insgesamt, so sind die neuesten Steuerschätzungen, 620 Milliarden Euro werden auf die Konten der Politik fließen. Im ersten Halbjahr 2013 konnte der deutsche Staat, ich sagte es eben schon, einen Rekordüberschuss verbuchen. Bei einem historisch niedrigen Zinsniveau ergeben sich allein für Nordrhein-Westfalen in den nächsten vier Jahren Minderausgaben oder von 2010 bis 2014 Minderausgaben von über 6 Milliarden Euro. Auch unsere Betriebe zahlen so viel Gewerbesteuern wie nie. Allerdings, das möchte ich nicht verschweigen, ist die Finanzlage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen leider sehr unterschiedlich. Teilweise kämpfen Städte und Gemeinden mit hohen Defiziten. Das wirkt sich bedauerlicherweise negativ auf die Investitionsneigung aus. Dennoch, meine Damen und Herren, auch mit Blick auf den Bund sage ich für 2014 eine große Koalition mit großen Erwartungen. Doch gilt auch große Koalition, große Erfolge. Die Bauindustrie Nordrhein-Westfalen appelliert nach den neuesten Entwicklungen in den Koalitionsverhandlungen an die beiden großen Volksparteien. Sie haben eine staatspolitische Verantwortung, meine Damen und Herren. Sie haben ein klares Mandat der Bürgerinnen und Bürger für eine stabile und verlässliche Regierung hier in Deutschland, unsere Zukunft zu sichern. Es muss gelten, erst das Land, dann die Partei. Nun, was ist die aktuelle Lage oder was ist der aktuelle Stand der Koalitionsverhandlungen in Berlin? Auf 7,2 Milliarden Euro jährlich hat die DERR-Kommission bereits Ende letzten Jahres das Defizit der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland beziffert. Die Nachfolgekommission um Kurt Bodewig hat Anfang Oktober dieses Jahres in Folge dessen sinnvolle Instrumente und Zeiträume zur Steigerung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung vorgestellt. Die Höhe der Summe allein macht aber deutlich, so eine Anstrengung können Bund, Länder und Kommunen nur gemeinsam schultern. Es braucht ein Mehr an Investitionen des Staates in die Verkehrsinfrastruktur. Die Arbeitsgruppe Verkehr und Bauern hat sich bereits darauf geeinigt, mehr Investitionsmittel für die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung bereitzustellen. Momentan hören wir aus einer Steigerung um ca. 11 Milliarden Euro, also das heißt 2,7 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. Diese Mittel sollen vorerst den bestehenden Nachholbedarf decken. Zudem soll dieses Geld im Sinne der Planungs- und Finanzierungssicherheit in einen verkehrsträgerbezogenen Infrastrukturfonds fließen. Damit wäre die von uns schon lange geforderte Zweckbindung der Mittel endlich dann mal erreicht. Die Zweckbindung der Mittel zum Beispiel in Form eines Sondervermögens bewahrt die Investitionen vor dem Zugriff der Haushaltspolitiker und dem alljährlichen stattfindenden politischen Verschiebebahnhof. Es sieht doch danach aus, meine Damen und Herren, dass der Sanierungsstau bei Straßen, Schienen und Wasserwegen somit endlich aufgelöst werden könnte. In einem zweiten Schritt sollen dem Erhalt der Verkehrsinfrastruktur dann ab 2017 zusätzlich jährlich 2,3 Milliarden Euro zufließen. Neben höheren Investitionen von Seiten des Staates kann auf eine erfolgreiche Sanierung der Verkehrsinfrastruktur jedoch nur mit einer zusätzlichen ausgebauten Nutzerfinanzierung dann gelingen. Bislang ist die genaue Ausgestaltung dieser stärkeren Nutzerfinanzierung noch unklar. Aber, und das sage ich als Bauindustrie ganz deutlich, eine Ausweitung der Lkw-Maut auf kleinere Fahrzeuge und auf alle Bundes- und an Landesstraßen ist auf einem guten Weg, aus Sicht der Bauindustrie, unausweichlich. Und wir sagen ganz deutlich, die deutsche Verkehrsinfrastruktur benötigt die zweckgebundenen Einnahmen aus einer PKW-Maut. Der Bau öffentlicher Infrastruktur muss sich an den Kriterien Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit messen lassen. Die Bauindustrie hat bewiesen, dass sie in den Bereichen Straße, in kleinen Teilen in der Schiene, im Bereich öffentlicher Hochbauten, öffentlich-private Partnerschaften auf ihre Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Warum sollten gerade im steuerfinanzierten öffentlichen Bereich diese Modelle nicht auch weiter angewandt werden können, meine Damen und Herren. Private Bauherren können aufgrund anderer privatwirtschaftlicher Rahmenbedingungen Projekte effizienter, pünktlicher und auch von höherer Qualität leisten. ÖPP-Projekte können mittelstandsfreundlich ausgestaltet werden. Gerade im öffentlichen Hochbau haben sich ÖPP-Projekte mittelstandsfreundlich bewährt. ÖPP-Projekte müssen demnach sinnvoll ausgeweitet und nicht zurückgefahren werden. Denn privatwirtschaftliche Investitionsmittel sind in Deutschland mehr als ausreichend vorhanden, meine Damen und Herren. Ich fasse deshalb das einmal ganz kurz zusammen. Erstens mehr Mittel aus dem öffentlichen Haushalt auf allen Ebenen. Zweitens eine stärkere Nutzerfinanzierung. Und drittens privat finanzierte ÖPP-Projekte. Diese drei grundlegenden Finanzierungsmodelle sichern die Zukunft der Infrastruktur hier in unserem Land in Nordrhein-Westfalen und sie sichern damit die Wertschöpfung am heimischen Industriestandort. Und zum Stichwort heimische Wertschöpfung. Investitionsruinen wie die immer wieder bezifferten, unrentablen, gerade aber neu errichteten und mit modernster Technik ausgestatteten Kraftwerke passen nicht in mein Bild einer heimischen Wertschöpfung. Wir fordern den Neubau und den Ausbau konventioneller Kraftwerke für eine Erneuerung des Kraftwerksparkes mit höheren Wirkungsgraden. Modern, flexibel und sauer. Die Arbeitsgruppe Energie der Koalitionsverhandlungen hat dazu beschlossen und ich zitiere, der wirtschaftliche Betrieb notwendiger Kapazitäten, konventioneller und flexibel einsetzbarer Kraftwerke muss möglich bleiben. Die Verhandlungsführer wollen das EEG bis Ostern 2014 grundlegend reformieren. Ich finde, das ist ambitioniert, aber der Bedeutung der Aufgabe angemessen. Die erneuerbaren Energien sollen in Zukunft in einem berechenbaren Korridor planbar ausgestaltet werden können. Dieser Ausbau soll mit dem Ausbau der Netze koordiniert und abgeglichen werden. Man spricht hier von einer synchronisierten Planung. Dieser Ausbaukorridor soll sowohl der konventionellen Energiewirtschaft, der erneuerbaren Branche, wie auch den Netzbetreiber, aber vor allen Dingen auch uns und somit der Bauindustrie, die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit ermöglichen. Eine Vereinfachung und Beschleunigung des Planungsrechts wäre eine weitere sinnvolle und dringend notwendige Maßnahme, meine Damen und Herren. Zwei Gründe zerren momentan an der Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Erstens ist es die Diskussion um die Kosten und zweitens sind es die Infrastrukturprojekte. Und deswegen setzen wir uns beim Ausbau der Infrastruktur für eine umfangreiche Erdverkabelung ein. In der Nähe von Wohnbebauung und von Landschaftsschutzgebieten fordern wir eine Pflicht zur Erdverkabelung. Im Sinne der Natur und vor allen Dingen im Sinne der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und mein zweiter Punkt, meine Damen und Herren, die Koalitionspapiere lassen verlauten, die Überförderung der einzelnen Energieträger soll abgebaut und die erneuerbaren Energien stärker in den Markt integriert werden. Meine Damen und Herren, die Bauindustrie begrüßt jeden Abbau von Überförderung und überzogener Subventionen. Doch das Zusammenstreichen der Ausbaupläne von Offshore-Windenergie können wir nicht gutheißen. Der Beitrag zur Sicherung der Grundlast durch Offshore-Energie bedarf einer stärkeren Würdigung. Unsere Unternehmen halten Personal vor, investieren in Technik und Ressourcen und die Koalitionäre korrigieren die Ziele nach unten. Die Betreiber von Windparks senken daraufhin ihre Investitionen und verringern damit die Nachfrage. Unsere Unternehmen verfügen jedoch nach wie vor über die Ressourcen und über die notwendigen Mitarbeiter. Die Folge ist ein immenser Preisdruck auf unsere Unternehmen. Das werden wir nicht akzeptieren. Meine Damen und Herren, ganz kurz mal zum Schlafen in Riesen-Energieeffizienz. Das KfW-Programm zur energetischen Gebäudesanierung soll aufgestockt und vereinfacht werden. Darüber hinaus soll die Sanierung über fünf Jahre jährlich mit einer Milliarde Euro steuerlich gefördert werden. Auch das sind gute Ansätze in dem Koalitionspapier. Doch ein weiterer Punkt. Neben der Finanzierung von Projekten, so höre ich regelmäßig, aus den Kreisen unserer Firmen, mangelt es auf Seiten der Auftraggeber oftmals an ausreichenden Planungskapazitäten. Dies hängt, und das sage ich ganz deutlich, auch mit dem seit Jahren fortschreitenden Personalabbau in den öffentlichen Planungsbehörden zusammen. Wir, meine Damen und Herren, angesichts der kommenden Mehrinvestitionen im Infrastrukturbereich muss der Personalabbau in der Bauverwaltung gestoppt werden. Das ist ganz klar unser Meinung. Wir begrüßen ausdrücklich das Papier der Arbeitsgruppe Verkehr. Diese spricht davon, die erforderlichen personellen Planungskapazitäten zu schaffen. Dies soll für die Auftragsverwaltung der Länder und der Dr. Grube sicherlich auch für die Bahn gelten. Doch reicht das aus, meine Damen und Herren? Ich denke dabei insbesondere so an das Thema Großprojekte. Hier bedarf es in meinen Augen ganz spezieller Regelungen. Solange das öffentliche Vergaberecht die Einbeziehung von externer Baukompetenz in der Planungsphase ausschließt, müssen die öffentlichen Stellen qualitativ und quantitativ bessere Planungskapazitäten stellen. Die Bauindustrie glaubt an diesen von ihr zu leistenden Mehrwert und fordert deshalb eine frühzeitige Einbindung von Baukompetenz in den Planungsprozess. Und genau aus diesem Grund setzen wir uns bei Großprojekten für spezifische Vergaberegeln mit einer Stärkung der Bauherrnkompetenz und neuen partnerschaftlichen Vertragsmodellen ein. Nur gemeinsam, und das kann ich nicht oft genug betonen, gemeinsam werden wir solche Herausforderungen, die an uns in Zukunft gestellt werden, im Kosten- und Zeitrahmen und zur Zufriedenheit von Beteiligten und Bevölkerung erfolgreich meistern können. Sie kennen meine persönliche Agenda. Ich sage immer dazu, wir müssen es schaffen, Bauherren und Auftragnehmer. Wir müssen gemeinsam Qualität schaffen und zwar im ersten Anlauf. Herr Dr. Grube, Sie werden mir sicherlich auch zustimmen. Von Qualität profitieren immer beide Seiten, Auftraggeber und Auftragnehmer. Insofern begrüßen wir als Bauindustrie Nordrhein-Westfalen ausdrücklich, dass die DB seit Beginn letzten Jahres bei ihren Projekten das Vergabekriterium Qualität eingeführt hat. Und ich bin überzeugt, entscheidend dabei sind unsere Mitarbeiter. Der Mensch ist im Wettbewerb entscheidend, denn unsere Mitarbeiter entwickeln die Qualität unserer Bauleistung. Ich bin aber auch überzeugt, meine Damen und Herren, zu einer gemeinsamen Wertschätzung und Wertschöpfung auf Seiten des Bauherrn gehören folgende Kriterien. Eine qualifizierte Planung, eine transparente Vergabe und eine kompetente Projektabwicklung. Herr Dr. Grube, bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle noch folgende Anmerkungen. Unsere Branche, und das ist uns allen bekannt, ist äußerst personalintensiv. Unsere Unternehmen gehen mit ihren Leistungen stets in Vorlage. Bauwerke werden stets als Unikate produziert. Und aus diesem Grund sind unsere Unternehmen ganz besonders darauf angewiesen, dass die erbrachten Bauleistungen zügig und zeitnah bezahlt werden. Nur auf diesem Wege sichern wir die notwendige Liquidität unserer Unternehmen und damit ihrer Partner. Wir als Bauindustrie begrüßen daher, dass die Deutsche Bahn AG mit uns in einen guten Dialog eingetreten ist. Gemeinsam entwickeln wir effektivere und fairere Verfahrensweisen im Umgang mit geänderten Planungen. Der Aufbau personeller Ressourcen sowie die Optimierung von Prozessabläufen für eine zeitnahe Bezahlung sind dafür die richtigen Schritte. Bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Abrechnung von Bauleistungen, sollten wir gemeinsam nach sachgerechten und wirtschaftlichen Lösungen für beide Vertragspartner suchen. Möglich wäre dies zum Beispiel dann über die Einschaltung einer Clearingstelle. Wir sind überzeugt, auf diese Art und Weise kann der Gedanke von partnerschaftlichem Umgang miteinander gelebt werden. Sehr geehrter Herr Dr. Grube, wir danken Ihnen ausdrücklich, dass Sie und Ihre Kollegen diese sicherlich in Ihrem Hause nicht immer einfachen Diskussionen mit uns hier zu führen. Seien Sie gewiss, die Bauindustrie ist sich an dieser Stelle Ihrer Verantwortung bewusst. Wir werden unseren Anteil als Bauindustrie zum Gelingen einer verbesserten Partnerschaft beitragen. Und deshalb möchte ich heute einen Appell an uns alle richten, denken wir stets auch an den anderen und ich habe es ja schon in meinen einleitenden Worten gesagt und denken wir in diesem Sinne an das, was uns St. Martin vorgelebt hat. Es ist an uns, meine Damen und Herren, und ich rufe Sie ausdrücklich heute Abend dazu auf, St. Martin, dieser Mann der Askese und Bescheidenheit, war sein Leben lang geprägt von seinem Tun für andere Menschen. Lassen Sie uns davon etwas mitnehmen an diesem heutigen Abend. Lassen Sie uns das Miteinander für ein gemeinsames Ziel wieder stärker in den Vordergrund stellen. Wir können die Herausforderungen gemeinsam besser angehen und erfolgreich bewältigen.